Moin an alle. Ich zeig euch mal fix wie ihr in den Blitz von Gransax kommt. Dazu müsst ihr beim Refugium des Erdenbaums spawnen. Da müsst ihr halt den Boss erstmal einen Klatsch für haben. Es gibt auch noch einen anderen Weg dahin, allerdings ist der eher schwierig. Und für Spieler die nicht so gut hüpfen können ist das, naja eher unvorteilhaft diesen Weg zu nutzen. Daher macht es einfach wie ich. Nehmt den Aufzug hier runter. Der ist nach dem Bosskampf sofort erhältlich. Lauft hier runter. Wie ihr seht habe ich jetzt schon ein paar Gegner weggemacht. Die werden euch sonst ein bisschen aufhalten und nerven. Daher empfehle ich die mit Vorsicht runter zu gehen, weil hier auch ein etwas stärkerer Gegner auf euch wartet. So. Wir müssen jetzt hier runter. Natürlich aufpassen, wenn ihr hier runter hüpft. Naja. Und das war es auch schon. Schon habt ihr den Blitz von Gransax. Der wird euch auf jeden Fall helfen. Es gibt so mal einen Steinschwertschlüssel. Und wenn nötig, könnt ihr auch hier in das Gebiet darunter. Allerdings ist das dafür nicht mehr nötig. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Habt einen schönen Tag. Und lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, ihrselt aus.